ja moin moin meine lieben freunde heute will ich mal mit euch über ein thema sprechen was mir im moment ein wenig am herzen liegt weil es uns auch alle betrifft und zwar die aktuelle inflation in deutschland und warum wir alle so richtig am arsch sind wahrscheinlich hat es jeder beim einkaufen ja schon mitbekommen egal ob ihr an der tankstelle seid oder vielleicht ein paar neue schuhe kaufen wollt überall steigen die preise wir kommen ja im moment immer mal wieder zu hören dass die inflation bei ungefähr acht prozent im gegensatz zum vorjahr liegt das heißt also die preise ziehen im schnitt um acht prozent an warum das aber nur die halbe wahrheit ist und wir uns auf eine ganz beschissene zeit einstellen müssen will ich heute einmal mit euch besprechen also lasst uns mal von vorne anfangen wir besprechen jetzt erst mal warum diese inflation im moment überhaupt so ansteigt das hat meiner meinung nach nämlich eigentlich drei hauptgründe zum einen ist es die pandemie die immer noch dafür sorgt dass wahrenströme nicht so funktionieren wie bisher ich blende euch mal ein bild von der nordsee ein kurz vor helgoland das ist die deutsche bucht und die grünen punkte sind frachter die im moment still stehen die warten im moment auf die weiterfahrt können aber nicht weiterfahren weil zum beispiel im hamburger hafen einfach kein platz im moment ist daher müssen die schiffe warten und alles verzögert sich ich habe hier ein beispiel der potomax express die auf dem weg nach hamburg ist und eigentlich gestern schon um 13.30 in hamburg sein sollte und dann entladen werden sollte samstagmorgen liegt sie jetzt noch in der ostsee und kann nicht weiterfahren ihr könnt euch ja sicher vorstellen was verzögerung an kosten bedeuten für jeden einzelnen container den dieses schiff geladen hat da ich selber mal in diesem bereich gearbeitet habe und zwar in der wahren disposition kann ich euch sagen materialien und waren sind immer absolut getimt es gibt kaum lagerbestände jeder einzelne container der einen tag zu spät in deutschland ankommt ist eine kleine katastrophe für das produzierende gewerbe und mit ganz schönen kosten verbunden und ihr könnt ihr auf dem schiff sehen das schiff hat eine menge container und im moment warten meines wissens nach glaube ich gerade 18 container schiffe in der deutschen bucht und wir sprechen ja jetzt nur von deutschland wenn wir auch noch auf andere länder schauen wird diese problematik die es weltweit im moment gibt mal ersichtlich die zu wahnsinnigen kosten führt und natürlich auch zu einer unterversorgung von gütern und waren dadurch streichen hier in deutschland auch ganz stark die preise das ist dann ganz normal der zweite grund warum die preise so steigen ist meiner meinung nach der konflikt in der ukraine die enorm gestiegenen energiepreise für gas und strom sind für jedes unternehmen in deutschland eine richtige katastrophe diese kosten geben die unternehmen in form der preise natürlich dann auch weiter an uns als endkunden nicht dass jeder haushalt durch die gestiegenen strom- und gaspreise sowieso unter einer enormen mehrbelastung steht die preise für die anderen güter die halt in deutschland produziert werden steigen natürlich auch lasst mich hier auch noch mal ein kurzes statement zu den energiekosten einwerfen ich finde es schon richtig dass man versucht russland die wirtschaftliche grundlage für den krieg zu entziehen aber das was die eu gerade macht bringt halt überhaupt nichts denn falls ihr es noch nicht gehört habt russland umgeht einfach die sanktionen die verkaufen zum beispiel das gas nach indien und die eu kauft es von indien ab im grunde wurde nur ein zwischenhändler eingeschoben der natürlich auch sein teil abhaben will vom profit das heißt wenn wir vorher vielleicht gas für 1 euro direkt aus russland gekauft haben verkauft russland das gas nun durch die gestiegenen preise für zwei euro nach indien und wir kaufen es für vier euro aus indien ab die sanktionen und die preissteigerung machen russland im moment die taschen voll zumindest wenn wir von den energieträgern wie gas sprechen da ist die eu einfach nicht in der lage hier klare vorgaben zu machen dass es zum beispiel einen richtigen bann für russisches gas gibt ich verstehe selber ja auch warum weil wir dann im winter mit runtergelassenen hosen dastehen würden aber daran sieht man halt die abhängigkeit von diesen energieträgern die über jahre aufgebaut wurde ich kann mich noch ganz gut erinnern dass ein donald trump mal gewarnt hat dass deutschland von russischem gas abhängig wird und unser damaliger außenminister heiko maas hat das mit einem kopf schütteln und lachen abgetan heute sehen wir aber dass russland bzw er putin kein verlässlicher partner ist und wir trotzdem von seinen gas lieferungen abhängig sind wie dem auch seien für die inflation in deutschland ist das natürlich ein wahnsinnstreiber und den werden wir demnächst auch noch stärker merken hier auch noch mal ein kurzer einwurf bezüglich des gases ich habe mir schon elektroheizung geholt so kleine die man mit strom betreiben kann die kann ich dann für meinen kellerraum eh ganz gut gebrauchen und falls das gas wirklich abgestellt werden sollte und wir im januar oder februar 2023 auf dem trockenen sitzen weil einfach nichts mehr da ist kann ich wenigstens damit noch etwas heizen man muss sich das mal vorstellen wie weit es hier wirklich gekommen ist dass wir uns hier nun wie die prepper verhalten müssen und uns auf solche situationen so vorbereiten müssen erzählt das mal einem menschen vor 25 jahren irgendwie im jahr 1998 zum beispiel dass so die zukunft aussehen wird ich glaube der würde die hände über dem kopf zusammenschlagen okay aber ein grund fehlt meiner meinung noch warum die inflation im moment zu hoch ist und das ist die geldpolitik der ezb der vergangenen jahre die europäische zentralbank hat immer mehr geld in die märkte gepumpt in form von anleihekäufen ich werde da nun nicht ins detail gehen aber vielleicht wisst ihr noch dass griechenland und andere südeuropäische länder kurz vor dem bankrott waren nachdem die ersten probleme dann abgewendet wurden gab es halt diese anleihe kaufprogramme der ezb dadurch sind milliarden über milliarden an geldern in die märkte geflossen und diese eigentlich bankrotten staaten wurden künstlich am leben gehalten durch diese flut von milliarden euro steigen auf dauer auch die preise und das sehen wir jetzt gerade ganz gut jetzt haben wir also eine menge effekte die die preise steigen lassen und ich höre ja auch immer ganz oft acht prozent ist halt schon echt viel aber wenn das alles wieder den gang kommt auch mit den häfen zum beispiel und auch in china alles wieder normalen gang geht dann geht das ja auch bald schon wieder runter und das sehe ich persönlich überhaupt nicht so vor allem nicht wenn wir über acht prozent sprechen ich blende euch mal ein screenshot aus einem youtube vortrag von professor dr hans werner sinn ein den link gibt es auch unten in der video beschreibung hier sehen wir die inflation der gewerblichen erzeuger preise im vergleich zum vorjahr das bedeutet also wenn zum beispiel ein auto heute fertig gebaut wird und wir dann sagen das ist acht prozent teurer spricht man ja quasi von einer inflation von acht prozent die teile für dieses auto wurden aber vielleicht schon vor einem halben jahr eingekauft zu preisen die noch ganz anders waren als die heutigen preise daher sind diese acht prozent ja quasi nur eine vergangenheits betrachtung wenn wir über die aktuelle inflation sprechen wollen müssen wir hat die gewerblichen erzeuger preise anschauen also zum beispiel von den herstellern die die autohersteller beliefern und wenn man sich das mal anschaut welche preise zum beispiel an die autohersteller weitergegeben werden müssen im moment weil die rohstoffe und teile für das endprodukt so stark steigen dann sehen wir dass wir nicht mehr bei acht prozent inflation sind dann sind wir in deutschland bei über 33 prozent inflation der preise 33 prozent das muss man sich einmal überlegen wir sind hier in einem segment der inflation angelangt dass es in den letzten jahrzehnten so nicht gab nicht nur in deutschland sondern in ganz europa nun stellt euch mal vor wer sich dann noch ein auto leistet wenn diese 33 prozent inflation der herstellungskosten an den kunden weitergegeben werden und das werden sie natürlich weil die unternehmen das natürlich auch nicht finanzieren können viele werden ihre investitionen komplett aufschieben weil sie sich einfach nicht leisten können und weil das geld für die wichtigeren ausgaben zusammengehalten werden muss wenn jeder jetzt zig euro mehr an strom und gas zahlen muss wer soll sich denn dann noch ein viel teureres auto kaufen meine lieben freunde wir sind ziemlich am arsch hier in deutschland da kommt etwas auf uns zu was viele noch gar nicht absehen können preissteigerungen die wirklich extrem sind und nichts mehr mit acht prozent die im moment immer durch die presse gehen zu tun haben und das werden viele in den nächsten monaten merken wie krass das ausgehen wird ich für meinen teil sehe sogar den euro als währung in großer gefahr möglicherweise sogar in größerer gefahr als damals in der griechenland krise denn wir sehen ja auch dass länder wie spanien und italien die damals in dieser krise auch stark betroffen waren die allerhöchsten inflationen in europa haben und wie die das auffangen sollen kann ich mir bisher noch nicht erklären und ich glaube das kann mir auch im moment keiner richtig erklären naja leider muss man sagen kein ganz positives szenario für die zukunft wir können nur hoffen dass der politik noch irgendwie was einfällt um dieses schreckenszenario abzuwenden ich kann auf jeden fall den vortrag von professor dr sinn empfehlen den durfte ich sogar mal persönlich kennenlernen ein wirklich absolut brillanter mann was die wissenschaft angeht auch wenn seine ansichten natürlich nicht immer sozial ganz verträglich sind aber was die wissenschaft angeht kenne ich niemand der wirklich mehr auf dem kasten hat zumindest im bereich der volkswirtschaften schaut euch den vortrag gerne mal an wenn euch dieses thema interessiert er ist unten auf jeden fall verlinkt in der video beschreibung ansonsten sage ich jetzt erstmal vielen dank fürs zuschauen gebt nach möglichkeit nicht so viel geld aus und bis zum nächsten video meine freunde